Der Verein Kempakt hat mit zwei Spenden an die Grünen und die Linken kurz vor den entscheidenden Landtagswahlen im Osten für Aufsehen gesorgt. Während die Grünen 161.000 Euro bekamen, erhielten die Linken 66.000 Euro. Bei den Geldern handelt es sich nicht um direkte Überweisungen an die beiden Parteien, sondern um Werbemaßnahmen für die beiden Parteien, die unter die Parteienfinanzierung fallen. Das Vorgehen von Kempakt hat für viel Verwunderung gesorgt. Schließlich ist Kempakt nach eigenen Angaben parteiunabhängig und generiert seine Einkünfte selbst aus Spenden. Es steht der Verdacht im Raum, dass es sich um eine Weiterleitung einer Spende eines nicht genannten Dritten handelt. Diese sind laut Parteiengesetz verboten, wenn die Höhe der Spende mehr als 500 Euro beträgt. Aus diesem Grund hat die AfD die Verwaltung des Bundestags darum gebeten zu überprüfen, ob diese Spenden rechtmäßig sind, wie die Partei mitteilte. Sollte die Bundestagsverwaltung zu dem Entschluss kommen, dass die Parteienspende illegal war, müssten die beiden Parteien eine Strafzahlung entrichten, die bei bis zu der dreifachen Spendensumme liegt. Außerdem bemängelt die AfD, dass HateAid, eine gemeinnützige Firma, die zu 50 Prozent im Eigentum von Kempakt ist, staatliche Unterstützung vom grün geführten Familienministerium bekommt. Seit die Grünen dieses Ministerium besetzen, bekam HateAid über zwei Millionen Euro. Den Grünen wirft die AfD vor, dass sie sich, offenbar unter Nutzung ihres komplex verschachtelten Netzwerkes aus Ministeriumsfördergeldern, Vorfeldvereinen, Stiftungen und gemeinnützigen GmbHs auf Kosten aller Steuerzahler, einen ungerechtfertigten Vorteil im politischen Wettbewerb zu erlangen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017